Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu, ach ja, ich mein zu, Let's Play Snowcraft. Ein 8-Bit-Spiel, das wie ein PC erhältlich ist, kostenlos als Dauernot und ziemlich lustige Schneeballschlachten darstellt. Oh, na warte, du kriegst einen. So, Level 1. Hallo, stehen wir auf. Level 1 Sägere geschafft und ich würde sagen, wir sichern erstmal unsere Leute auf zwei Flanken und greifen mit einem einzigen an. Nein, schützt ihn. Sauber. Einen Typen haben wir sicher. Level 3. Dieses Let's Play wird nicht allzu lang werden, stellt euch doch vorhin. Und auch am Wald ist man hier übrigens nicht sicher. Nehmt die einfach so auseinander. Äh, beziehungsweise lasst euch so von ihnen auseinandernehmen. Okay, die sind so gut wie tot. Okay, und jetzt würde ich ganz schnell alle Leute hier links verstecken. Ich bin nicht unfair, das ist eine Strategie. Das ist leider ein Bug, den der Entwickler des Spiels nicht beachtet hat. Die können dann so nicht treffen, aber man kann die treffen. Okay. So, die 4 Levels sind fertig. Bonusrunde 1. Ja, einen haben wir verloren. Und schön. Äh, ich höre nichts mehr. Jetzt geht's wieder. Okay. 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 das mal Kameraden in Ruhe. fullen die F姆 сним. Die können nicht alle die Имachen yhte XVенно nehmen. es wird brenzlig gearscht bin ich auf jeden fall ja die grünen schuchteln haben gewonnen und der entwickler nicht holzen lässt grüßen version ok das war let's play ich hoffe es hat euch spaß gemacht das war sehr kurz aber lustig